Herzlich Willkommen zu einer weiteren Runde Let's Play Final Fantasy X und wir spielen weiter wo wir aufgehört haben, nämlich bei hässlichen Insektenviechern. Wollen wir mal los? Wollen wir mal los? Wollen wir hier raus? Wir erwarten. Huh? Gib mir eine Pause, Mann! Oh ja, toll, toll! Großartig! Kann ich schon? Nein, kann ich natürlich nicht! Haha... Das ist gefährlich, den müssen wir töten! Ach komm, äh... dich! Gott sind die Low! Ich weiche allem aus! Ja, ich bin ruhig, ich bin ruhig... Na, geht doch! Hm, das könnte... Das! Schau es! Was?! Verrückt mir, ihr seht! Typisch, wir müssen wieder das dicke Gerät an der Seite zerstören. Na dann mal los! Ach, kein Geist! Ah, nein! Oh nein... Die X-B... Ist gekappt... Oh nein! Und da oben. Ja, absolut. Also... Go. Oren! 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 You are sure? This is it. This is your story. It all begins here. Ah! 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 Hey! Hey! My... Old Man? I thought about a lot of things. Like... Where I was. What I got myself into. I started to feel... Lightheaded. And then... Sleepy. I think I had a dream. A dream of being alone. I wanted someone... Anyone... Beside me. So I didn't have to feel alone anymore. So I didn't have to feel alone anymore. Huh? 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 Anybody there? Oren! Hey! Hey! Ja, das ist doch mal ein schönes Gebiet. Da möchte ich jetzt auch nicht sein. Schauen wir uns mal ein bisschen um. Hier sind bestimmt... Entschuldigung, irgendwo Kisten versteckt. Oh, das ist doch... Oh, das ist doch... Oh, das ist doch... Oh... Hm. L-Bet für Anfänger. Jawoll. Ne, das wäre ja langweilig. Zur Erklärung, wir können in diesem Spiel eine zweite Sprache lernen, die nennt sich L-Bet oder wie auch immer man sie ausspricht. Und man muss für jeden Buchstaben das Gegenstück quasi finden zu dieser Sprache. Das heißt, man kann hier 24 Lexikas finden in diesem Spiel. Und die dann auch immer wieder von der Memory Card laden, aber das wäre ja langweilig. Ich will euch das Spiel ja zeigen und nicht alles laden. Könnte ich auch gleich meinen vollen Speicherstand laden. Sind hier noch irgendwo Kisten? Ich will Kisten. Jawoll, hier ist auch noch was. 200 Gil. Yay! Und bevor wir weitergehen, machen wir eben kurz einen Cut.